Vor sechs Tagen ist er Deutscher Meister im Mountainbike-Marathon geworden. Heute ist er der Sieger auf der Ultradistanz hier in der Multaneifel. Begrüßt mit eurem Applaus Team Puls-Fahrer Tim Böhmann! Glückwunsch. Ich komme mal ganz kurz hoch zu dir. Sag mal, Vorsicht. Erzähl doch mal ganz kurz, wir haben irgendwann die Woche gemailt und hast du gesagt, du kommst. Was hat denn den Ausschlag gegeben, in die Vulkan-Eifel zu kommen? Ich bin jetzt in Frankfurt und es war einfach näher und das Profil hat mir mehr zugebracht. Ich hatte eine harte Gruppe nach der Deutschen Meisterschaft hinter mir und habe gedacht, ja, also am Sonntagmorgen um sieben Uhr auf dem Karzwein starten. Ich gehe es ein bisschen gemütlicher und schöner an und komme zu euch.